Ja, das stimmt. So, wo möchtest du, Junge, wo möchtest du hin? Fahr doch mal auf deine Spurstall rumzuhupen, du Vicky. Der Typ, der mich auch... Idiot, du kleiner Pisser, ey! Ja, Mann, ey! Oh, was war das denn? Da fragt doch nichts. Da war nur eine Leitflanker. Ei, 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 Mann. Lässt er mich jetzt rein oder lässt er mich nicht rein? Ich seh das nicht. Ja, der zieht nach rechts rüber. Ja, ich hab doch gebremst, du Idiot. Ja, und der Pferd ist noch daneben, klar. Ja, hupp doch nicht. Der Finnländer da, der hat die Ruhe wecken bei dir. Das wird nix. Ah. Der bringt so nix. Mal gucken, wo ich... War das denn 3-Machter-Rotterdam, oder? Äh, erst Amsterdam und dann Rotterdam, ja. Guck, das ist oben. Also das ist die mit Abstand langsamste Tour, die ich je gefahren bin. Oh. Aber es ist schon sehr interessant. Schon trotzdem interessant. Wie, ähm... Schnell YouTube momentan Leute schmeißt. Das macht YouTube. Wie schnell die YouTube jetzt allerdings Leute... Hatte mich jetzt gar ein bisschen dran erinnert. Wir müssen hier runter in der Staufe. Ja. Und wir haben die nicht. Aber es war zu früh. Uuuuuiuiuiuiuiuiui. Alter, was kann das nicht so schön gescheißen hier. Wir sehen ja gar nicht auf. Die juchtet ja gar nicht. Ja. Das ist ja das viel größere Problem. Ein Problem ist es nicht, aber... Das ist so. Die juchtet einen feuchten Furz. Ja, weil... Das interessiert die vielleicht schon, aber was wird die dagegen machen? Richtig. Du Gott. Ist jetzt einer... Du Gott. Ist jetzt einer gegen mich gefahren. Die sagen... Du Gott. Du Gott. Du Gott. Du Gott. Untertitelung des ZDF, 2020